hallo da sind wir wieder neue woche neu glück sagt im normalfall diesmal aber unter der woche etwas ganz anderes und zwar habe ich im zusammenschnitt eines showdown runs aus meinem riemann macht ihr habt also das komplette programm von der draft bis zum krönenden abschluss wie absolviere ich einen showdown run im diamond dynasty modus von ml video show 22 von der draft bis zum abschluss bis zum erfolgreichen absolvieren das ist ja wichtig dass man den showdown in einem rutsch durchziehen kann denn der showdown bringt unglaublich viel erfahrung für das features programm was in jedem fall face of the franchise ist und da wollen wir möglichst weit kommen wer ließ ihr nicht da wollen wir möglichst weit kommen nicht so laut papa spricht da wollen wir möglichst weit kommen denn wir wollen die erfahrung einsammeln um bis zu 600.000 punkte kommen alle ist aus der franchise player picks und tricks mitzunehmen deswegen sollte man die showdowns einmal absolvieren dass man diese punkte alle einsammeln in diesem sinne spaß gewünscht und schaut euch an wenn es euch gefällt schreibt was runter es ist ein bisschen länger und es ist also super um es nebenbei sich anzuhören wenn man vielleicht selber nicht showdowns spielt wo man sich vorher nicht angetraut hat oder wenn machen was andere kleine einfach nebenbei an machen zu hören und sich freuen in diesem sinne viel spaß also wir gehen in den showdown grad recht wo ist denn der single player war oder und da sehe ich uns das wird so was wie in einer stunde die konkurrenzen map spielen wollte erinnerst du dich daran wie schnell ich dir durchgerissen habe nach zwei stunden oder so nicht mal durch gewesen draft entbild ist dort also der showdown um das zusammenzufassen ist eine aneinanderreihung von moments die man spielt mit seinem eigen mit dem team was man zusammendrauf das eigentlich ist es wie eine battle royale die man online gegen andere menschen spielt ist es battle royale im single player modus gegen cpu wir haben mehrere moments hintereinander und immer wenn wir gewinnen kriegen eine verstärkung für unser team da wird unser team besser und am ende treten wir dem boss gegenüber und da müssen wir dann einen gewissen rückstand aufholen meistens mit 20 outs wenn normal verstehe es jetzt 12 zu 0 für den gegner und jedes mal wenn wir eben dieser moments vorher gewinnen kriegen beim punkt und eine verstärkung für team also wenn alles optimal läuft geht man mit 12 zu 12 rein in den finalen schulter und hat new to team das heißt aber dass man vorher alle trifft so erklären soll dir nochmal steht immer da hier sind alle erhältlichen schuld aus man sieht das sind nur graue kacheln den starter haben wir aber schon gemacht wir wollen den feature program wollen wir den machen ja da oben steht es oh ich bin ja schon bin gegangen eben mal aufgeklickt oder was ok resume draft genau wir haben ja noch nie getraftet welcome to the draft du kriegst nicht für alle positionen jetzt ein spieler sondern ein bisschen mehr als die hälfte glaube ich und der rest wird aufgefüllt mit irgendwelchen bronzenen boys und was wir immer machen wenn wir hier ein spieler uns aussuchen und wir suchen nach power wir trafen also kein pitcher sondern immer den wetter der die meiste power hat wichtig wir allerdings jetzt zu gucken kracher kannst du mir sagen gegen welchen pitcher wir am ende spielen wenn man nämlich wissen dann wissen wir in welche richtung er wirft und dass wir genau die andere seite nehmen mit all unseren bettern so war eigentlich immer ja man nicht wenn man krass ist einfach gleichen ja wenn man krass ganze gleiches ende springen du musst halt bus 13 rands machen mit dem große team und christian hast ja nicht nur diamonds und du hast drei gute vielleicht vier gute hitter würde ich sagen was gibt es da für erfahrung für den französer programm also facebook französer deswegen würde ich eigentlich jeden einmal machen immer wenn er rauskommt für das jeweilige programm um da die erfahrung sind bestimmt 30.000 müssen mal hingucken abgreifen zu können also wir müssen irgendwie neben kracher bist du noch da kannst du mir sagen in wem wir spielen im showdown ich will nicht die falsche seite jetzt wählen nicht aus der die mann anderer ist ja man kennt kein spiel ohne belohnung war sonst lockt man die menschen nicht also kracher ist leider nicht mehr da wir müssen also blind wählen wir haben wachsen der 82 76 57 75 wollen wir nicht switch ist natürlich geil weil wenn du switch hinter hast gehst du immer auf der richtigen seite egal welcher pitcher kommt mr tacker bräuchten nicht nehmen der ist gruselig es herr heute habe ich gesehen da ich ihn gezogen habe ja 81 74 82 80 nehme ich beinahe den boy und lassen rennen wachsen hast du nicht eben das wachsen daneben haben wir jetzt mal gespielt pitcher 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 das heißt wir müssen pitcher nehmen dann immer den mit der höchsten velocity dann ist der fastball am höchsten am schnellsten und kracher sag doch mal irgendwelchen pitcher hast du am ende geschlagen mit welcher seite wirften der mit rechts oder mit links im letzten showdown das hat mich interessiert mein junger er muss ja wohl nicht vergessen haben wenn das vor fünf minuten war die gute frage ich glaube wenn wir im pitcher werden nehmen wir immer den mit dem härtesten fastball so super 77 72 72 78 ist alles nicht gut und ja nehmen wir den mit der meisten kontroll 64 nicht 72 72 80 da nehmen wir sagt man tai tai bretti bretti oder tippe bretti klingt am besten oder neben tai bretti und tampa prospect da sehe ich uns der kracher hat wirklich keine ahnung ich kann hoch scrollen ich glaube es sind keine drei minuten hier dann sagt er zwölf elf an uhr und mann ja super parksten wirft rechts machen der war natürlich hat meinen tag heute schon verschönert sehr gut wir brauchen auch noch einen rief pitcher nehmen wir auch wieder den nehmen wir rase machen wir uns vor der hat 99 belastet die der richtige mann und dann wieder von der anderen seite schlagen so keine power wenig power power gegen eine seite hilft uns aber nichts wenn uns kracher nicht sagt man weiß nicht mehr den namen mit welchem arm wirft er denn mit rechts oder mit links hat er immer zu dir hingeworfen wenn er da stand es oder hat dann zu dir hingeworfen wenn er da von der platte steht ein stamina pitcher ist ausdauer das ist ich habe viel sprung war ein switcher pitcher ich glaube nicht krasa ich glaube nicht ja brennt nehmen wir nicht also entweder dem team über enders nicht aber daran denke dass ich mit team über enders noch nie den ball getroffen habe dann nehme ich lieber aj pollo ich weiß wir nehmen so jetzt so george brett könnte nicht schlecht kommen der hat aber mehr power wenn es kein linker war brett hat immerhin jetzt willst du doch team über enders nicht habe ich mir das mal gespielt das kräpft ja komm rinnt hin du darfst und was ist hier im angebot grusel 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 ist aber der beste mann der ist der einzige der noch power hat und die anderen man sieht sind dann wirklich nur noch ach der army in rin mit ihm dann gibt es dazu nachdem man mehr spieler kriegen wir nicht das sind drei positionen offen die werden dann mit bronzen gefüllt dann gibt es immer noch so eine nenne sich perks die bieten im prinzip so temporäre verstärkungen für deinen hitter oder pitcher je nachdem warte von ofia waps nimmt man aber eigentlich immer die die den hitter stärker macht weil das ja am ende im letzten showdown ist man nur am schlagen da braucht man keine perks die den pitcher besser machen dann zählt man durch guckt sich an theoretisch was da steht in gris bies weil es die ding betrifft mich praktisch nicht ich werde eigentlich riskieren großes deal zu machen bevor wir den spacer weg den ich verlieren dadurch sie mich an exit velocity boost bei loosing ist ziemlich geil weil man immer hinten liegt wenn man nicht hinten liegen würde hat man die so viel gewonnen beim letzten kontakt boost muss man entscheiden exit velocity das heißt wie schnell geht das los nämlich der buch sondern wenn man den ball trifft wie stark hebt ab und kontakt boost macht einfach wo es deine zone größer mit der den ball trifft dann triffst du ihn öfter kann aber sein dass du zwar oft triffst aber nicht hart und eigentlich wollte man hart treffen ein bisschen bonus ist dass die noch größer wird die äußere pci braucht kein mensch dann trifft man muss noch mehr bälle die man ja nicht treffen will schwach die dann irgendwo auf den boden nehmen wo man ausgeworfen wird wir nehmen exit velocity muss wenn man den ball treffen dann wollen wir dass er hart in der luft geht und bald fliegt sondern jetzt selber noch mal ein jolt war also die diamond perks und stark als die jolten und die silber noch schlechter pitch velocity nein akkurat sie nein exit velocity boost bis nur runners on base sehr geil oder exit velocity boost bei er hätte an account muss man für sich selber einschätzen ist man er hätte an account wenn man auf jeden pitch schlägt dann steht man 0102 oder 00 am anfang ist man nicht er hätte an account ist man immer maximal ihm oder dahinter zündet also nicht ist man die duldig lässt den gegner dreimal daneben werfen dann liegt man er hätte 1020 21 31 32 dann wurde der ziel ich nehme aber lieber den exit velocity boost bis nur runners on base denn da wird es am schwersten der pitcher war der hand kommt recht sehr gut danke das heißt wir brauchen mehr linke leute dann wissen wir jetzt wenigstens mercedes nie bei der schlimm team über anders nicht stimmen bayern wachsen ist dann wahrscheinlich ein fehlgriff kann man auch noch band mit ihm er ist ja schnell wieder wind wir nehmen also den jolten excel velocity boost weil er hätte an account nein immer nicht wenn hier lead of magic die magische lampe excel velocity boost der ball hebt schneller ab müssen nur runners on base immer kind of base haben brauchen wir mit aller verzweiflung mit deswegen die richtige auswahl nachdem wir die gewählt haben sind die nur lange nicht aktiv dann darf man sich nicht hier von den erklärungen einlullen lassen erklärung 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 okay er hatte man sie erklärt war dann immer deine kamera dabei gehen sie ja ja aber dann meistens nach rechts oben mit bei unten steht und man sieht der feine showdown ja waren sich aus wie maini 0 zu 12 steht bei jedem wenn man jetzt oben aufgabe bin da kriegen man punkt unten ist einsatz wird unter verstärkung für team wir müssen links einstellen das um ausrufezeichen weil da was zu tun ist manage perks die perks haben auf der linken seite aber hier rechts wo ich bin da müssen sie hin weil sie müssen sie an machen dahin schieben und dahin wenn nur rechts sind drei aktive man hat am ende auf der linken seite mehr als dreien kann die ausgehen aber rechts nur die aktiven zählen dann nehmen wir trotzdem noch mal meine squad egal was er sagt und stellen unsere leute die guten so oft dass sie auch da sind waren die guten müssen vorne sein so ist richtig und hier hinten ist dann der ganze höbel wir müssen den hier noch vorbringen das sind die bei draftet haben fünf stück die hier kann man automatisch bekommen wir stehen also wirklich bloß da um unser leben ein bisschen das waren gültige drosten so timmy boy Anderson soll anfangen sagt er der ist aber langsamer als mr buxton wenn dann fangen wir natürlich mit buxton an der speed 99 wenn er auf basis dann brauchen wir den des ersten nicht am ende dann bringen wir den linken er keine power hat auch nicht wir wollen wenn man was in den spiel natürlich besten drei haben bringen nun gerig der ein bisschen mehr power dann kann team über einer zukunft dann dieser fragt wurde selbst frauen und dann kommt der fragt würde man sehen das und der rest ist nur noch ein gebet sprechen so jetzt haben wir da keine ausrufezeichen weder auch meine spot noch beim managed perks das heißt wir sind bereit dann nehmen wir dahin das ist der erste man sieht dass er eine drauf passt dass ich mir so bewegt und und steht die aufhärbe also nicht unten dann unter mir sondern auf der anderen seite kann man mehr über ihn jetzt die wieder rüber auf links naja steht die aufhärbe difficulty ruki großartig 20 21 kalt hacker ruft und besiegen dass er der real deal ist echt nachdem er 30 romans schlag hat super soll man ja die design wird sind 294 average über 294 von 1000 band treffen bringen dass wir schon ganz gut weil das unser team aufgestellt haben get und based two times and two innings dann heißt wir müssen zweimal ein hit machen oder zwei box oder irgendwie zwar noch bis kommt das problem ist dahinter steht nochmals das heißt wir müssen auch pitchen dazwischen und denn wir pitchen dürfen wir keinen hit zulassen deswegen haben wir zum glück ein pitcher getraftet geht nicht anders dies jahr er macht immer eine betta ohne nur betta sind dann bringt eine pitcher ohne nur pitcher drin bei letztes jahr hat man es eigentlich so gemacht da hat man hoch wenn die gemischt waren eigentlich immer muss betta genommen und erhofft mit dem schlechten pitcher den man dann nicht richter den bronze trotzdem auszumachen geht dies ja nicht man muss ihn eben haben wir ja nicht genommen dann nehmen wir nicht cool bleiben da noch mehr weil man hat immer muss die chance wenn man den versauer beutet wenn man schnell spielt und hektisch spielt dann fehlt immer ein der punkt unterfällt die verstärkung für das team deswegen musste im showdown selber mit ihr ausmachen der war zu spielen lieber zu gucken was der wir noch mal gucken das wichtig sind unsere freunde die ersten vier wenn wir mit den vier zweimal auf base kommen brauchen wir danach nicht mehr werfen dann haben wir die ufer aber erfüllt ja wenn man gut kann nur so am rande das wird knapp mit der stunde meinst du ach du hast mir eine stunde versprochen jetzt sieht man übrigens unten dann schon in der striketzonen dass durch den ersten perk aktiv werden wisst du da steht active perks das ist die lampe warum steht die lampe da weil wir keine of base haben dann gucken wir uns die pitches an der hat den fastball den wollen wir treffen styler geht da vorbei wollen wir mal nicht curve geht unten vorbei wenn man mich den vor sie mal der kommt gerade und in tue sie mal der kommt gerade und ist am ende so nach ihnen ein bisschen ab die innen von den beiden wollen wir schlagen und wir wollen oben schlagen das bestellen jetzt immer den anker nach oben den hätten wir treffen müssen habe ich eine unnitzung jense den schlagen war nicht hat man schon sehen wie der weg geflogen ist den anderen schon dann habe ich schon gemacht das ist der erste hit war der fastball eigentlich hätte ich nicht schlagen dürfen weil er zu tiefer aber nehmen wir mit weil er gerade war also das ist das schöne der fastball er kommt gerade ist am ende immer noch gerade deswegen lässt er sich am einfachsten schlagen wie sagt den anderen showdown auf jeden fall empfang mit dem anderen showdown an wenn er noch nie gespielt hat der hat nämlich bloß vier und dann ist man schneller am ende und man kriegt dafür ein 84er goldenen pitcher und 84er goldenen pitcher kann im prinzip jeder normale spieler der so normal spielt wie eke am anfang noch brauchen der steht also immer in der starting five gibt es ein robbie re für ein bisschen spielen und den showdown kinder man kann sie auch wiederholen wie man will kostet keinerlei eintritt ja jetzt haben wir lukerik stehen auf der rechten richtigen seite bei lukerik schlägt mit links deswegen steht er auf der seite von der platte und der pitcher wirft mit rechts er wirft also immer zu uns hin das ist eigentlich so rein psychologisch der bessere duel für uns als betta niemals unten jetzt schwingen den ersten weil er macht sofort der tablet play und sein mann auf eins dann deswegen wollen man immer nach oben stellen den anker nach oben lassen wir weggehen roby ist auch wirklich gut sie ist der kracher lobt ihn so ja das ist schon mal ein gutes zeichen den müssen wir schlagen jetzt ist die frage man fängt nö macht er nicht wir sind also auf jeden fall zweimal auf base wir werden sie ja mit baxen ran nach hause laufen macht natürlich überhaupt keinen sinn aber einfach um zu üben wie man läuft damit sind wir durch das ist eine gute bei dem ding weil wir die erste aufwärbe erfüllt haben und immer noch kein hit abgegeben haben obwohl wir nicht pitcht haben gibt er unser ding schon als gewonnen einfach nur mit ein bisschen adult und den richtigen pitches wir kriegen 220 experience wenn man sich vorstellt für zwei bets und träumchen und das wichtigere wir kriegen jetzt belohnung und zwar für unser team wir haben den eben ran und steht bloß nur eins zu zwölf und kriegen belohnung für unser team jetzt nehmen wir natürlich die leute wo wir auf der rechten seite welche rausnehmen können also eben von dem schlechten reit vieler third base oder second baseman grüße raus mein junger wir haben also ein catcher am angebot da haben wir euch in jermi mercedes da bringt uns der kastro nur was weil auf der richtigen seite steht mein klasse mit rechts wirft wurde kastro von links stark mit scheniger im reitfeld ist hier wahrscheinlich die bessere alternative der hat nämlich power power steht aber wie auf der falsche seite johnny damon würde auf der richtigen seite stehen hat aber gar keine power da muss man sich dann echt entscheiden weil das ist halt das schwere und sei denn man hat persönliche vorliegen dann ist aber wirklich rafael der was wahrscheinlich der bessere auch wenn er ein redsocksmann ist er steht links beim schlagen er wirft zu uns hin richtig und er ist eine der drei positionen wo wir unten falsch verstehen haben also nehmen wir den er hätte gegen rechts von 79 kontakt 96 power ist großartig nehmen wir kriegen noch einen perk dazu man kann denselben nehmen die addieren aufeinander excel velocity boost in the seventh inning or later ist total clever von der logik hier eigentlich nützt es aber überhaupt nicht ich habe nie im siebten inning sind der der showdown beginnt ja ohne ohne inning anzeige er fängt einfach bloß an dass man 20 aus hintereinander hat also 20 at bats und wenn es kein inning gibt dann wird er nie aktiv ja bisschen bonus wie gesagt nehme ich nicht gerne weil dadurch bloß die äußere größer wird man viel mehr bell trifft die man eigentlich gar nicht treffen möchte und da ist eigentlich wieder mein liebling oder der da soweit der problem dass ich nicht zu 2 0 oder 3 0 kommen während den wie immer weil so baut beim ersten bett habe ich niemanden auf der base habe ich null aus dann zählt er schon deswegen nehme ich den jetzt haben wir wieder die beiden ausrufezeichen hier das heißt wir müssen aktiv werden wo ausrufezeichen ist weiter verschänderungen sind managen den perk und setzen den unten auf den dritten aktiven und managen hier unseren gezogenen spieler ich setze die immer zuerst auf der bank wenn ich dann sehe was ich alles habe dann verpasse ich nicht ihnen das sind golden auf der bank und ziehen jetzt von hier mit viereck und wenn man ein viereck hat hat man diesen hellen rahmen ziehe auf die position wo hin wir auf 3 und drücke wieder viereck ist er da und der der vorher auf der 3 war ist jetzt auf der bank das ist der korte so dann setzen wir den hammer jetzt auf 3 wichtig ist dass man hier drüben in der schlagordnung noch weiter nach vorne bringen er muss nicht so weit hinten sein sondern er muss daheim wo set brown steht klicken also an schieben den da hoch dann setzen wir set braun aber auch noch ihn hoch mit dahin dann stimmt's wieder wichtig ist rechts links rechts links rechts links zählt wie ein linker kann von beiden seiten und rechts wenn wir hier hinten angekommen sind haben wir vorher schon als falsche machen deswegen ist es hier brennen wir müssen hier bei unseren leuten die wir getraftet haben die hits machen überbrauchen dann nehmen wir raus sehen wir jetzt und keine ausrufezeichen mehr da das heißt wir können gehen gehen rüber und lesen uns den zweiten durch sieht man wenn man da hochgeht verändert sich der text und da steht da was wir machen müssen wieder difficulty rookie also perfekt so obwohl aber 36 spiele gespielt hat im 2021 mike traut bleibt einer der top spieler der mlb davon jeden wie aus kann natürlich auch sein dass der über den winter in slump gefallen ist so wie kody bellinger war vor zwei jahren auch mal ein top spieler der mlb und das jetzt so ganz kurz davor kommt so komplett seinen spot zu verlieren weil er gar keinen ball mehr trifft ganz wild geht manchmal so schnell dass spieler die vorher superstars waren einfach den ball der nicht mehr trifft und dann sonst natürlich irgendwann globt keiner mehr dran irgendwann weg sollte mike traut natürlich nicht passieren würde ihm auch nicht wehtun natürlich ihm schon innerlich als judo ist er als baseballspieler du kriegst dein geld auf jeden fall nicht so wie bei der nfl wenn du kattet wirst bist du raus kriegst dein geld nicht als baseballspieler wenn du kattet bist in mlb oder nicht spielst du kriegst dein salary ist immer garantiert so also er hat einen 1090 euro bs sehr sehr gut über 1000 ist eigentlich surreal gut für die mlb kann man ganz ehrlich sagen judo hat schon über 800 deswegen ist also kann man sich vorstellen das ist noch mal 25 prozent besser wegen bis wir schon als potter steht und so viel habe also oben ist immer so ein einleitender satz und steppen machen müssen legen dass wir schon das gott das ist unsere mannschaft erziele telly erziele zwei hitter und ein extra bis in drei innings ohne einen rand zu lassen zwei hitze zwei mal den ball treffen und space kommen ein extra bis hin ist einmal den ball treffen und weiter als bis zur ersten base kommen also extra bis das immer eine bs extra mehr als das hinge das heißt da bist du zwei trippel ist auch ein extra bis sind man muss nicht bloß bis zu zwei kann auch ein trippel machen oder ein hoher man sieht hoch haben also drei chancen womit man extra base erzielen können und einen normalen also in den zweien steckt der extra bis wir brauchen normalen und extra bis in drei innings was wir wieder nicht machen dürfen ist ein run zu lassen diesmal allerdings ein run und kein hit das heißt wenn er gegen einen ball trifft ist nicht verloren unser ziel ist es natürlich wieder das innerhalb des ersten halb innings zu machen damit war ja nicht aus der fahrlofen pitchen zu müssen versuchen also gleich bei den ersten drei bett an die behaben die hit und ein extra bis zu machen und damit gehen moment als wir wollen verbuchen und der händler und es erwachsen steht ob 1 bei uns er hat auch sein logo wieder gucken der mann beruf wird rechts halten mit r2 einfach fest könnte ab zwei drücken dann wirft der cpu man nicht nur guckst du die tippes an da hat damit man nicht raten muss und nach allem schwingt das angeflogen kommt wir haben fastball immer mal treffen der ist gerade der ist oben wenn man glück haben wir haben ins leider den wollen wir nicht schlagen der geht da außen vorbei mein kryptonit blitter sieht ähnlich aus wie ein fastball fällt dann runter hat da sieht ähnlich aus wie ein slider geht auch nach außen weg eigentlich nach unten sondern mehr so auf der fastball ebene also kommt gerade und macht da so einen so einen cut nach außen also immer weg von dem wo er wirft er wirft nach da dann geht er auch nach da der cutter genau wie der slider und der curveball ist im prinzip ähnlich fängt aber höher an und fällt dann auch runter aber in einem viel größeren bogen ist viel langsamer als der splitter wollen wir alle nicht wir wollen eigentlich nur den fastball maximal noch den cutter mein cutter auch wie ein fastball schnell ist nehmen wir mal nicht konnte man ganz klar sehen war hat zwar oben angefangen war man splitter runtergefallen ist daneben und hier hat man auch schön gesehen unsere beiden perks und bilder aktiv zweimal die lampe weil aktiv weil wir keine space haben den müssen wir schlagen und er war zu langsam wir haben geschwungen wie auf dem fastball war aber kinder war muss 82 mei den müssen wir schlagen und das ist unser extra base hit denn der geht raus mehr am wachsen gut obwohl die falsche seite der platte war jetzt aus der wachsen super war kann man die mecke wie immer hoffnung dass seine twins dieser mani jude die saison haben kann man haben vorher wie viel spiel ich mit buxton korg aber tippste 60 oder wen ja bis er verletzt ist wir brauchen nur noch ein hitze heißt erst recht geduldig sein hätte ich sagen könnte war ein fastball war gerade war mir ein bisschen zu tief ich stelle den anker wieder oben in der mitte und warten also nicht den unten schlagen die gefahr beim unten ist immer schlägsten grauen vor der beid auf dem boden die werfen ich an eins aus ist er oben kommst du viel eher unter dem ball und kannst den beid schlagen dafür ist dieser anker großartig also für mich ist das die beste veränderung muss man ernst kann sagen dies ja weil es ja nicht hilfbar deswegen wenn es irgendwie so ein lupen glas hier über dass sie den ball noch größer sehen würde das meine beste veränderung grüße mr martis mein junger wie steht es denn bei den yankees mein sportscore spot zeigt überhaupt nicht mehr an er muss explodiert sein so schlimm muss er stehen hier in der 34 punkte kassiert zweimal schlagen und man sieht es wieder wir kriegen unten den zweiten punkt und dann steht es da das heißt wir müssen also wieder die spieler kriegen gucken wir uns die wieder an was wollen wir immer noch ein right fieler und second baseman der erste den so anbietet ist ein catcher mj melendez dann kommt jimmy admins 3 3 jawoll die sind wieder da bestimmt kohl rausgenommen nein nein der muss ich hatte den ganzen ersten spiel in den bullpen verbrennen aber offensiv sind sie wieder da ich da freue mich schon wenn ich mir morgen schön in ruhe anhören was erzählen dabei das ist immer für mich der beste schwächereien so wir haben jimmy admins haben wir nämlich schon in dem event die spielt sieht super aus centerfield der centerfield kann kann auch immer links und rechts spielen also der lf rf das ist der dude umgekehrt ist nicht so wer 11 ist an der mühe noch right fit spielen an den glück hast ist aber schon schlechter und centerfield gar nicht ist meistens so langsam aber wer centerfield ist kann beide outfit positionen spielen ohne dass man es also viel angst haben nehmen wir wahrscheinlich schon chris davis hat noch mehr power da sieht man hat der eine blinks über 100 ist blinkt also rot gelb der problem ist aber er hat so wenig kontakt nicht treffen kann er hilft mir auch keine power 62 und jim admins hat 79 kontakt die dafür ausgerichtet aus auf der anderen seite haben bei joey gallo ist das selbe wie chris davis muss auf der anderen seite stehen er hat auch nur power aber noch weniger kontakt trifft also noch seltener im ball das ist zum beispiel einer joey gallo der beschwert sich immer über den schiff der joey gallo kann nur wenn er links steht so rumschlagen nach rechts und alle gegner stellen sich im prinzip schon auf ab der mitte des feldes nur rechts verteilen sie sich alle im reich wird im left field steht gar keiner weil jeder weiß so egal du kann da nicht hin schlagen wer das ist drüber na gut und soll ja da machen wir und der joey vielleicht lernt hat er noch eigentlich bräuchter muss banden aber das ist halt nicht seine welt er will halt gewalttäter sport sein und beitschlagen wir nehmen jimmy boy admins der steht links und ist ein bisschen ausgeglichener und den stellen wir ins reit führt für drew waters schnappen wir hier drin die noch ein jetzt haben wir noch eine chance secken baseman vielleicht zu schnappen und nämlich zwei bei lüri garcia switch hitte was hat er von problem hat gar keine power kontakt 63 89 links power 40 niki lopez ist defensiv noch stärker auch wenn sie gar nicht weit vieler margot genau selben grün und der fledge gott das wird die nieder sie mich nicht raus für dich also nehmen wir ihn für die bank gucken wir mal irgendjemand power jetzt hat ihn in galo gebraucht hätte ich sofort genommen sind alle schlecht wenn es wird wir nehmen den switch und ersetzen den second base jamaik jones nicht ganz so wie der das aber eigentlich stimmt so wieder sehen wir ihn auch so bezeichnet als jenerin wenn es wird setzen die beiden wieder erst auf der bank sondern kann da verteilen können lief der bank sitzen waren nicht spielbar und ziehen jetzt mit vier den jimmy admins ins reit und den lüri gas hier mit vier auf die second base das heißt wir haben jetzt wenigstens überall spieler dem was zutrauen können im ball zu treffen nur noch drei rechte drin in der hoffnung dass am ende der mit rechts wirft und wir mit von der linken schlagen jetzt überlegen ob er die noch vorziehen oder nicht oder passieren stehen lassen mr admins könnte eigentlich aber gerberg wird dann nicht ersetzen der was wird dann nicht ersetzen er kann maximal set brown ersetzen also quatsch wir machen admins ein hoch und bringen dann den switch hitter ein hoch und braun auf den unteren wenn es dann umklappt haben wir oben wieder mit er und so passt es aber kann man nicht gekriegt braucht man nicht machen gucken nach dem nächsten gucken also zum dritten moment und lesen wieder was man machen soll bisher war perfekt haben keinen fehler gemacht so 20 21 cedric malens bekämen first player in oris franchise story also der erste der jemals in der schichte der ort im oris eine 30 30 season hatte 30 30 season ist immer so eine art meilenstein das sind also spieler die 30 homerands schlagen einer saison und gleichzeitig 30 mesen also bezeigt die haben power also homerands schlagen können und die schwindigkeit weil sie die machen können also nicht nur machen sondern auch erfolgreich durchführen können also 30 30 season immer so ein beweis dafür dass du so ein allrounder ist beim baseball ja jetzt mit dem problem mal lesen was dasteht zum glück müssen wir keine stehen ich hatte jetzt echt angst wenn ich stehen müssen wegen bisschen showdowns quater ist unser team die two hills sind man extra besser in drei innings also im prinzip genau selber eben hat zwei hits ein extra besser und wir haben drei innings zeit ohne einen ranz zuzulassen genau wie eben müssen wir schaffen wir sind ja richtig aufgestellt und gucken uns einmal dass er ein stück wasser trinken da steht es dann noch mal recht zusammengefasst wenn er dem spiel nicht mehr wisst könnt ihr jederzeit und options drücken und a1 machen dann kommen die anforderungen noch mal in der seite man weiß was man machen muss kann ja sein dass man in der hektik gespielt nicht gelesen hat nicht mehr gewesen guckt man noch mal rin guck mal rindrücken mit der r2 erstmal damit er mal nicht wirft und gucken uns an der pitches hat fastball oben gerade unser pitch der logghof sieht aus dem fastball ist einfach nur langsamer den malen langsamer du schlägst nach dem fastball hast du durchschwung der weiß man nicht da ich bin körper ist wie ein körper nur dass er wie ein slider auch noch nach innen also der kommt gerade geht nach da unten weg nicht so normaler kerf oder so weg ging es wie bin körper ist nach da weg leider genau dasselbe in grün aber der mg verliert nicht so viel das leider dreht mehr so ist aber nicht bei der bild braucht dann vorher nicht wissen guckst ein paar wo es auf den pitcher aber der wirft wir wollen nur den fastball machen die kanter nach oben das ist der fastball wir kommen durch haben hit bleiben stehen brennt nicht über die erste weg war fast ein sehr geiles spiel im osnabon 3 3 nach dem vierten ja habt ihr hört wir werden sehen was passiert ah das hätte da sein müssen schade das war eigentlich meine extra bestätig ich habe ihn verschlafen man sieht es ich habe den anker nicht gesetzt vorher und war deswegen zu mittig und nicht weit nach oben eigentlich in der hoffnung sind weil das um 21 uhr neuer content kommt weil immer um freitag um 21 uhr im diamond dynasty neuer content kam wieder in anker setzen nach oben und jetzt warten auf den fastball um für den extra bis hit das wird er nicht doch oder jetzt kommt so wunderbar als vieler vorbeikommt nein geht er nicht da müssen wir zurück kann ich nicht das zwei laufen schade aber ich will jetzt nicht ein extra auskassieren dann selber in grün wieder nach oben rinnen bart noch ein fasti na der war unten jens zum glück faul darf ich niemals schlagen die gefahr der double play zu kassieren war hier viel zu groß oben setzen den anker jetzt schlage ich doch rein also dümmer kann der mensch nicht sein ich habe glück er spielt nicht dabei play es gibt nichts zu schlagen unten unsere ansage war wir schlagen oben war das das problem wir haben die ersten die vier die besten leute schon weg wir haben jetzt unten die vier die nicht so gut sind und schwingen wieder auf den ersten bilder mal bist du noch ganz dabei jens glaube nicht das überhaupt nicht unsere ansage wir wollen oben auf den warten und schwingen wieder unten so was ist das problem wir haben ganze innen vergeigt müssen jetzt werfen und wenn man hoch mal kriegen ist die ob er aber gefehlt war einfach schlechtes spiel das ist schön man sieht ja an sich selber aber man was falsch macht kann dann bloß im zweiten innen konzentriert zur sache geben das besser zu machen das wusste ich nicht mit neuen content ja eigentlich immer freitags 21 uhr letztes jahr gab es eigentlich jeden freitag am 21 uhr die tops now moments da konnte man immer diese tops now spieler ziehen steht aber diesmal auf jeder karte schon drauf ja musste kriegen aber da ich das sind halt der erste freitag ist und seitdem das spiel gibt müssen wir uns heute überraschen dass ob dem so ist vielleicht dann sagen sie auch die zeit überhaupt die neuen konnten die spielte selbe spiel zwölf monate wenn natürlich der todes schuss das wusste was ist denn mit dem anker das kenne ich gar nicht wie gesagt du kannst du hast diese die striktion und diese unterteilt in 9 also oben der reihe mit drei mitte reihe 3 und 3 und dieser kannst du deine pc vorher fest verankern einen der neuen felder und brust also nicht aus der mitte heraus schwiegen also muss bevor der pittscher wirft da ist mit dem linken stick seine cci hoch in die richtung bewegen wo du hin bist und dann drückst du so rein wird wird in den meisten erklärungen l3 ernannt bei den meisten spielen drückt also man bewegt den linken stick hoch und drückt dann nach unten dann siehst du dass die pc da stehen bleibt und damit kann man sich wie so eine art vorziehen also vor justierung vorne ist das ist für mich sehr sinnvoll weil ich immer probleme hatte rechtzeitig den die pci nach oben zu bekommen online war mal zu langsam dadurch kann ich jetzt weiter oben starten und sehe dadurch natürlich bedeutend besser aus also ich nicht sondern meinen stark versuche abi bedeutet was noch mal runs bettet in der zentura sagt sind die die du erschlägst also die du reinsteht genau wenn also ihn auf 2 steht nur den ball triffst und der mann von der 2 nach hause kommt und ein run erzielt dann hast du ein run reingeschlagen also bettet in ins ziel gebracht allein durch den hit muss natürlich ein hit dabei machen ist ja klar um abi zu kriegen muss also den ball treffen du müsstest nicht treffen wenn die bases vor die geladen sind und du zum beispiel den bork ziehst ja das ist gesucht habe ich jetzt frech fünfte sein zu was oder hatte ich gelogen sagen wir ihn drunter interessant das ist ein glücksspiel oder ich muss vor dem pitch da musst du immer man willst du denn sonst schwingen du kannst ja nicht auf jeden pitch einfach nur schwingen und der hoffnung das wäre glücksspiel wenn du immer durch schwingen in der hoffnung dass du triffst dann ist glücksspiel du musst natürlich vor jedem pitch raten wo er hinkommt wieder zu weit unten weil ich nicht stellt haben wenn du nach jedem pitch schwingt dann wirst du nie den ball regelmäßig treffen also du willst ja als guter wetter nicht auf jeden pitch schwingen sondern willst nur auf die pitches schwingen die für dich hätte will also treffbar sind nachdem wo ich zum beispiel nicht schwingen war klar darüber ist ich könnte aber macht keinen sinn halt den billig schwingen ja wird leider kein extra bisschen nicht am ort wieder vorbei kann man es wieder nur ein single das ist gar nicht gut wir brauchen mit aller macht hier irgendwo ein extra bett wird er auch nicht da direkt zum center fieler geht ich mache wieder nur ein single wir brauchen mindestens zwei besos jetzt ist das problem wir sind beim pitch angekommen haben wir denn einen rechten immer bringen können immer zutrauen hätten 52 52 52 55 51 aber alles besser als teils brett leh ein bisschen werfen lassen danach und einen anderen bringen ich nehme den raus ja kann ich mit dem pitcher wegen kette wahrscheinlich versuchen so ein nicht zu machen wäre noch eine bei ernte gewesen aber ich bin lieber ein 62 60 man und bringen nur ein pitcher und ich habe ja noch reisel kann ich nur einsetzen ich war heute im practice mode und habe nur auf belly geschlagen wieder nicht oben gewesen jetzt mach ich falsch und ob ich schnell 45 minuten vorbei sind ich habe noch kein feeling ja das ist das problem der practice mode bringt eigentlich nur sinn wenn du nur bestimmten pitch einstellt dass der 45 minuten lang den selben pitch siehst ist auch nicht obwohl er so unglaublich schnell ist dann wachsen bin ich nicht in der lege in der lage zu zweit zu laufen also das hätte nicht als dabei zählt dann ist es echt besser du stellst dir nur den fastball oben ein wenn er prägt das modus ja in den vorbei zweite inning das ist nicht gut dann ist wirklich besser stellst du nur den fastball oben ein dass die immer denselben pitch werfen weil du dann siehst wie der pitch aussieht wenn der pitcher den ab wirft der nütz ist ja nicht wenn er jedes mal verschiedene pitches wirft weil du dann nichts lernt erster so würde ich lieber der betting practice machen nur ein pitch werfen lassen das kann man einstellen um den dann zu lernen wie der aussieht wenn er abgeworfen wird weil dann wirst du in welchen momente da wenn der ball kommt schlagen muss sonst würde ich lieber in game trainieren also im conquest mode irgendeine map spielen weil dann verschieden je nachdem nach der spielsituation geworfen wird das macht dann in meinen augen mehr sind an anderer sieht es völlig anders ok also wenn ich richtig verstanden habe also ich bin mit dem anger fest wo ich beim nächsten schwingen möchten genau neben wo du deine pci anfängt wegen kannst du immer noch woanders du kannst ja immer noch die pci woanders hinziehen ich kann es ja nicht zeigen normal fängst du mit der pci dana mitte an wo jetzt der ball ist weil die steht ja immer dein ding wie nach die mitte einstelle steht in der mitte und wenn nach oben stellst dann würde die pci oben in der mitte anfangen oder kannst du unten links anfangen ziehen kannst du sie immer noch woanders hin aber es ist wirklich nur der startpunkt muss er beginnt sie kann auch wenn ich oben stehen bleiben ganz normal nach unten ziehen wenn ich meine ich will den ball der unten drunter geht schlagen so wie es immer mal hoch da kommt ein körper der schwinge ich mal obwohl ich keinen sinn machen das ist genau mein ding aber ich verpassen dann wenigstens nicht den fastball wenn er nach oben kommen weil ich schon da bin dass das spiel was werfe ich denn ich schlage schon schlecht und jetzt werfe ich auch noch schlecht glück gehabt dass ich hier so rauskomme ja versuchen ob es wirklich dann tipp ist der dem weiterhilft ein bisschen vorher auch nicht aber so würde ich dann lieber trainieren immer nur bestimmte situationen aber besser ist eigentlich in game zu gucken und eine regel zu entwickeln wann man nicht schwingt nicht eine regel zu entwickeln wenn man schwingt das macht man eh dann irgendwann mit der geile drauf ist den ball zu treffen wichtig ist eigentlich eine regel für sich zu entwickeln wenn man nicht schwingt deswegen sage ich zum beispiel erst einmal den ersten durch ist und dann denkt der gegner war der typ ist ja du dich hat ein gutes auge ist er ja nicht er ist noch verzweifelt dass ich nehme ich einfach die hände weg beim ersten sitz und das wegwerfen wie ja wohin er wirft das erst mal darf ich mal ein bisschen mehr wenn man ein bisschen mehr dass der pitcher müde wird und mach auf meinen menschlichen gegner einen guten eindruck und selbst das kann man halt trainieren wenn man conquers spielt indem man da auch versucht gegen cpu immer den ersten durchzulassen weil man es dann in seiner mission verankert okay den ersten mit schlage einfach nicht also immer so situationsbezogen würde ich trainieren mag unsinn sein wirst oft genug deinen ersten mit sehen der fastball durch die mitte ist wo das hätte ich mal starten dann machen wir uns nicht vor wie oft schlägt man auch ein paar durch die mitte und fliegt ein homer dann macht mich schnell aus so jetzt muss ich erst mal was machen ich habe fünf hits aber fünf singen es braucht ein extra bisschen ein 1 werde ich mal ausprobieren auf jeden fall im an ganz ganz wichtig feature ja das brandneu also dieses jahr wieder kein dabei und wieder aber habe ich gemacht auf den ersten bitte sprung ist das clever gewesen nein es war falsch und ich werde es nie erfahren ob der zweite pitch besser ist für mich weil ich den zweiten pitch nicht sehe deswegen hände weg er geht wieder und ja wieder ein grauen ball gewesen hier ist man den angasse 6 ist oben und da fliegt aber ich habe nicht nach links bewegt deswegen sind auch bloß ein flug aus jetzt habe ich riesen problem bei meinem letzten aus ich kann durchaus passieren dass ich es jetzt schaffe die aufgabe in drei innings zu versagen den ersten erstmal durch hier selbst nach oben ziehen den anker nach oben und dann sieht man sobald er lebt ist dass die pcs ist dass der punkt da weiß ist also da steht scheiße vorbei aber hier fehlt man auch hier aber einfach mal fehlt die unglaublich schade ist weil ein punkt jetzt schon fehlt beim finalen showdown und bloß die verstärkung die nicht kriege ich hätte einen goldenen perk gekriegt wie da steht und einen goldenen wetter habe ich nicht einfach hier fehlt krieg keine verstärkung bleibt bei zwei zu zwölf ich muss zum nächsten geht deswegen ist so wichtig dass man die shoulder und mit sehr viel nachdenken in meinem fall oder coolness oder cleverness in dem fall von meinem guter hitters spiel so 20 21 mit scheniger hätte karriere hier also beste jahr seiner karriere hat in karriere heiß also bestmarken gesetzt in homerands 39 und abis mit 100 das sind diese ranz bettet eben also ist klar wenn er 39 homerands schickt hat am mindesten 39 abis für sich selber ziert er hoch wenn ihn auf base stand bei allen 39 hätte das schon 78 abis wenn noch mehr leute auf base stand werden noch jeweils für jeden rander auf base steht noch abi mehr so playing das ist der showdown squad das sind wir telly a homerun wir müssen also in drei innings ein homerun schlagen ohne einen ranz erlauben wenn wir so schlagen wie eben nur dann nichts wären denn da hatten wir kein charakter schlägt nach allem was sich bewegt habe ich auch immer gemacht ist aber falsch deswegen waren wir ja immer so scheiße kracher ganz ehrlich sagen deswegen haben wir scheiße gespielt aber nach jedem dreck schlagen dass sich bewegt und man sieht ja in dem moment wenn man ihn guten spielt was macht ihn gut oder nichts macht er wartet so lange bist du den fehler macht beim pitchen und ihm einen durch die mitte wird und den schlägt er dir an um die ohren aber er schlägt niemals die bälle da unten irgendwelche curveballs hier an und sei denn er will die am ende zeigen dann treffen manche leute auch diese dinger noch weit so hier angegestellt bin oben hätte ich natürlich schlagen müssen geht aber nicht da meine logik ist den ersten durchzulassen oh nein das ist auch kein homerun muss unter dem ball kommen was haben wir nicht gemacht wir haben nicht geguckt was für pitches er hat war dann sinkern wir fast was leider ersten hände weg aber gleich versuchen wird uns dabei play uns zu locken ruhig die hände heben wenn man es nicht sonst kann sich zusammen zu reißen oder was wir sehen kind am kopf verschränken oder sich ruf setzen er hat es nicht nachzuschwingen hat man ganz klar sehen es ist auch nicht weiter nur ich habe kein glück mehr direkt auf dem center fieler wenn er zwischen center und lefty an der wetten extra ein bisschen den ich davor gebraucht hätte aber ein homer jetzt hier wie bei einer sind willst du mal mit erstmal hände weg was ich wieder er darf natürlich immer wieder zu 1 weil er ist das mr bugs natürlich die schnell ist und die farbe im base dealing mal wir brauchen gehen bestieren also warum man nicht machen immer wieder relativ guten wollen wir nicht anker nach oben auch nicht bei 0 1 1 1 erst mal steigen wieder oben dann bewegen man gleich seit oben fit bin und schlagen doch unten das macht überhaupt keinen sinn aber man sieht es ich habe einen anker oben kommt trotzdem nach unten in schön und die gerade nur so tief war halt nicht ja den brauchen wir nicht schlagen das macht überhaupt keinen sinn er war einfach eine meide darüber war maskenpatch und jetzt bin ich genauso wie bei dem moment davor ich habe also komplett mein flow aus den ersten beiden moments verloren auch nicht erst sehen die vorbei neben der anker ist neu in 20 22 dazu gekommen und vorher nie jedem brandneue feature grüße danke für den empfohlen mr mark inson danke sehr brandneue ein echtes feature halt so wie der koop modus im feature ist muss der funktioniert also ist mehr so ein hidden feature der koop modus so haben zwei mal drüber werfen geworfen dann werfen wir einmal richtig in müll und lassen cpu luft doch schlagen er freut sich unser mann der tatsch mahal bradley grüße morgen morgen mein sonn ist ein nordmann warte ich jetzt mal da holstein am nächsten hamburg christianer ja juli da wohnen dabei mehr menschen als in jans schlässich holstein oder nicht ganz glücklicher wenn man ran abgeben ist der moment natürlich sofort verloren das war einer der auch fährt kein ranriss das sollte man natürlich niemals machen locker dabei cool das probieren macht auf jeden fall da habe ich uns zwei abwürfe ich guck's morgen ich wünsche dir auf jeden fall viel spaß wer live baseball gucken wir heute zweiter teil vom opening day die englisch spiel gegen die red sox alte rivalität seit 19 uhr seit fast zwei stunden steht immer noch 3 zu 3 mein sportscores pot zählt leider nicht mehr angestellt hat er gestern noch super gemacht heute doch dass ich nix nehmen ein rain delay so ja wir müssen immer noch ausstreiken und dann selber irgendwoher diesen von allerseiten hohmann erzielende problem ist natürlich wir haben die ersten sechs die in der lage wären hohmann zu schlagen schon weg spielen hinten sieben acht neun oder schlimmer haben also riesen probleme könnte durchaus sein dass wir den zweiten in folge abgeben dann fehlt natürlich bei der gesamtwertung schon ziemlich viel bis zum final showdown meine kann auch durchaus sein dass wir ja nicht hinkommen dazwischen noch mini-bosse da muss man hier bin sonst kommt man gar nicht nach hinten also wenn man den da nicht schafft ist alles vorbei alles nicht nicht was man gemacht hat man darf sofort wieder von vorne anfangen wie beim mensch ärgere ich bin die rausgeworfen wirst gehen sie zurück zu start ziehen sie nicht ein homerun ein ja fast eine stunde nördlich sehr gut scheiße ich dachte es wäre aber der kam direkt auf mich zu über einfach zu früh den darfst du nicht sagen jens was machst du denn heute bist komplett unkonzentriert du musst dringend bier holen auch nicht perfekt perfekt für ein aus einer 1 mein liebling gut zum glück kein aus also habe ich noch einen schlagschancen echt klasse hast du so gelödigt meine anstrengende ist doch mein job mein jung was sonst soll man machen aber wir wollen ja schließlich anderthalb leute noch für diese schöne spiele geistern und das geht ja nur wenn man die leute locken und ihnen erzählen wie einfach es ist wenn ich dann natürlich dann live hafte ich ohne beweise liefere wird das nicht gut gehen ich habe kein timing mehr aber das ist ja mein homie bitte lass mich glück zu haben ich brauche um an ein ground ruhe dabei der ist also zwar raus aus dem stadion geht aber nicht weil er auf den boden aufkommt und dann als aufsetzer über die mauer springt da spricht man in dem moment von ground ruhe dabei ist also auf dem ground und wird aber ruhe als regel als double gewertet weil der outspieler natürlich nicht mehr hinkommen kann den ball nicht zurückwerfen deswegen steht mein mann jetzt auf der 2 und der der vorher auf der 1 stand darf es verdreiford wenn der ball jetzt sachen die menschen nützen die brauchen einen homerang für die aufhörbe das ist das wilde habe ich mich nicht getraut zu schlagen weil ich lüri garcia habe ein perfekt perfekt wenigstens so geschlagen dass er mir keinen ausmacht die punkte sind völlig unwichtig aber jedes aus wäre jetzt teuer weil ich 8 und 9 noch durchbringen will dann kann ich wieder top auf der line ab wo die leute stehen die power haben lass uns einfach wegfliehen unser ding der miniboss ist leicht das schaffst du krach wie weit bist du denn pitcher beim zweiten boss beim zwischenboss ist man nur ab dein alec man nur von der blue jays ein zurück nur aktiv sie mani und die lampe da war natürlich welche space haben dann steht der park mit mir habe ich schon gesehen wo der ball kam was habe ich gemacht vorher den anker nach oben gestellt genau der anker war zu machen ja man sieht es vielleicht noch mal ich zeige oben jetzt hoch siehst du dass der weiße punkt oben in der mittel das war der angst da der steht jetzt oben mittig und dann steigen weil er bei dem nach oben nicht kommen da kannst du immer noch bewegen aber ich bin halt rechtzeitig da dann ist der homer er muss sich nur an seinem eigenen plan festhalten dann geht es auch wieder gut bitte der mann hoher alec mann hoher wird mich bestimmt auseinander nehmen immer wieder schon das beste spiel ja bin ich auch ich bin auch schlecht bei fifa ja ich finde fifa ja nicht so schlimm ich weiß über fifa wird immer viel hetzt aber ich habe immer ja eine fifa also aber halt nicht auf diesem bösen level wo man sich ärgert sondern ich habe zum beispiel wenn ich fußball geguckt habe nebenbei dann ultimate team natürlich gespielt immer dieses gott bett ist gemacht da neue show shop items sind erhältlich das ist der neue kommt gibt wahrscheinlich ein neues headliner pack so weit kann es nur sein das hat da hat es mir spaß gemacht dann habe ich mir neue spieler zusammenkauft auf dem markt weil ich immer alles bei der karte gekauft haben und verkauft habe ich neue spiele kaufen die wieder teurer verkauft hat also mein auch jetzt habe ich mal schön team habt konnte also die cpu leute nach hinz und kunst zusammenschießen hatte genug freude und habe nebenbei fußball war meine welt aber sobald ich online gegangen bin hat verloren weil ich halt immer durch diese cpu spiele auf diese langsame cpu spiele ich bin wenn du immer langsam gelernt hast dann wirst du nicht mehr besser dann spielst du online und wirst von hinz und kunst abbezogen weil die jetzt viel viel schneller spielen das aber hier genau dasselbe wenn du immer muss auf deinem spielst dann wirst du kommst du in diesem trott und diesen trott bist du ja nicht mehr kriege noch mehr hören so wir dürfen wieder ein kontakt and access belastet muss auf der ihr third consecutive out wenn ich drei aus in folge habe dann brauche ich keinen boost mehr dann bin ich verzweifelt und morgen bier ja nämlich nicht nee ich will auf den peck chapman man nur für nicht so gut echt ist dann schon beim ersten angekommen oder den automatisch die kriegst du eine auslosung war das ist das bitte wenn du pechers kriegst du den falschen excel belastet muss im 17 year later hat man schon darüber gesprochen ist nicht wert weil nicht wirklich ein siebter in die kommen drag band wo ist wir wollen nicht banden nichts für uns exit belastet die boost in two strike count der ist pures gold man brauchen man hinten harten hit wenn man zwei streiks schon haben kommen wir immerhin wenn man nicht so zwei streiks kommen dann haben wir den ball schon vorher getroffen also die perfekte wahl jetzt muss gucken welchen wir rausnehmen und wir haben noch eine auswahl doppel perk das problem ist irgendwas 3 einsetzen ich könnte also jetzt theoretisch zu ja mal eine pitching sache nehmen falls man eine pitching aufhärbe haben oponents make much weaker kontakt in der first two pitches könnte man machen mit dem pitching aufhärbe exit velocity boost mal hätten account ist wieder unser problem wir sind nie vorne excel velocity boost und siebten kommen wir nicht direkt bei brauchen wir nicht dann in der tat jetzt mal den pitching boost und werde ihn auf die bank setzen und bringen wenn eine reine pitching aufgabe ist weil die anderen wenn ich jetzt anderen weder ich eh nicht spielen würde und wir bringen jetzt nehmen jetzt den raus nur davor hatten den excel velocity boost in two strike counts und setzen den für die silberne lampe warum weil da steht vor dem excel will aus zwei und zwei ist wenig in dem fall in englischen bei dem oben denn nur excel velocity booster seine stufe höher und bei dem daneben den diamanten signifikant der ist ein wirklich siegen ich fand so deutsch würde man sagen spürbar wenn ihr mal so den da unten raus und bringen die drei johlen wenn nur die rechts und die equipt die aktiven perks für unsere mannschaft haben wir leider überhaupt nicht gekriegt das heißt wir müssen mit dem selben team weiter spielen wir hatten und wir sind jetzt tatsächlich beim miniboss mal die den haben wir haken dann ja mal schafft haben also unten und den dritten punkt gekriegt 3 zu 12 und jenen in den schulern in chat man dafür brauche ich auf jeden fall mein bier weil ich sonst verzweifelt bin weiß ich schon das ist mir ich bin dabei ja so alt dass ich selbst für schach zu langsam bin ich habe ihn auch möglich muss jüngere menschen gut weil er natürlich im später jenen halt merken kann zwar ich bin ja beim schach auch nicht intuitiv sondern im prinzip immer muss gelernte situation nach aber ich war auch ich war das kind noch guter schachmann ja bei mir sterben computerspiele wo ich jung war und da haben wir schach gespielt immer um matchbox hast also man matti und matchbox gespielt und dann musste man schon gut sein wenn man an die matches wollte man sagt investiert ihr habt also musstest du so an die matches kommen ich renne jetzt wo ich mein bier zwei minuten brauche ich nicht ich sag mal 1 10 maximal drin ist er so jetzt können wir wieder lesen wie gesagt man sieht es oben der brennt das ist ein boss die diese kache ist ein bisschen größer ist ja daneben der daneben ist blau der normale und der brennt das heißt also versagt man ist man raus man darf man ganz links wieder neu anfangen sie wie geht die veteranen der höher in des eliminations schulden doch elimination an da gegen yankees kloser heute schätzen der wirft mit links wo ich eigentlich alle rechten wir haben sie aber abwechselnd aufgestellt jetzt nicht anders aber ja nicht nur rechte haben entweder die game bis no one on base dann schon mal gut da zählt nämlich unsere magische lampe als perk weil wir ja no mann und base hand in den zeit gehen und take the lead bevor sie kommen wir müssen also irgendwie in führung gehen wir haben halt niemanden auf base wir müssen also ein homerand schlagen oder mindestens zwei singles und irgendjemand das zwei haben dann kann man halt von der zwei auch mit sacrifice fleiß drei und dann nach hause bringen und dann natürlich beschlagen homerad der jude ist man sieht uns schon die belohnung und gibt einen diamond hitter und einen diamond perk also die würden dann wirklich unser team verstärkt deswegen versuchen wir ein bisschen clever zu spielen darauf zu gucken dass der chat man ein bisschen müde wird und wir schöne pitches zentrale pitches fangen können endlich fahren schlagen der hat meistens noch ein bisschen mehr animation wir sehen also dem chat mir noch mal seine bösen augen der guckt immer sehr grimmig dann ich mache ja aus du schwitzt allerdings nicht der echte chat man wäre es schon schweißnaß er schützt also wie der teufel dieser chat man ist unglaublich auch mal ein jenki spiel muss man am ende gucken hat immer lange klamotten an und schwitzt also er schwitzt nicht nur wie bier schwitzt sondern läuft so an seinem team und das der judo ist bachst und er wirft zu wachsen hin das ist unsere beste chance und wachsen mehr als ein single zu machen scheiße den fängt er uns weg das ist natürlich ich wusste ich auch nicht sagen aber wollte unbedingt jetzt also den ersten durch ihn das problem ist bei chat man der wirst jetzt von uns weg wir dürfen vor allem dieses leider hier unten gestern brauchen eigentlich den fastball oben oder in den zum beispiel in fastball wirft er dahin den slider wirft er dahin den kannst du nicht treffen wir brauchen den wirklich oben oder in da zum beispiel waren aber zu spät mal late weil ich von oben noch nach unten ziehen wollte in neben neben muss unser ziel nicht in den in katastrophaligen stangen brauchen war drunter da halt so wunderbar geradeaus war aber da ich dass sie so schnell sind habe ich schon zwei aus so ist schon 20 prozent sind schon weg und hat noch keinen off base das war zu früh wenn der links runter jahren der weg lockern dabei ja diesmal habe ich ihnen widerstanden dem fastball und die lampe an war bei active perks sehr wichtig weil wir keine besser nein es geht die zweite an sieht man unten nämlich der also da in der streik zu und nämlich der mit zwei streik aus zwei streiks der perk immer noch an zwei aktive perks haben wir alle zwei mal verlassen ich würde sie ja weggeschlagen ein glück musik schlagen jawohl das sind dabei da kann nichts passieren dabei sehr wichtig dabei kann uns schon mal nicht mehr mit dabei ausmachen dann bestehen sich auch bei zwei jetzt können wir den auch mit weiten aus nach hause bringt ersten pitsche sprung mein jenzi und den verschlafen noch nach unten gezogen obwohl eine mitte war warum auger wieder schlecht und dann auskassiert was unter aller würde war ein problem ist hinten kommen meine schlechteren spieler ersten durch in hände wegkennst ja nicht hingucken ja aber tiefer ding ist arbeit draußen nein die war es wie weit jeder das kiex mit 67 zu laufen ja jetzt habe ich natürlich nicht verlieren im mann sehr schön na so kann ich halt auch mit weiten aus einen vormoven weil ich erst ausgelaufen bin nachdem man ihn gefangen hat ja das geht nur dann wenn er aus der luft fängt das musst du so lange auf der base stehen dann kannst dann eine weiter laufen geht aber wirklich nur ab da zwei oder ab dann drei zu vier wenn du wirklich weit ins auspitz schlägst und die verteilt er dich nicht ausmachen passiert immer wieder dass die so gut werfen dass die auspitz jetzt reicht uns noch so einer um den mann von der 324 zu bringen oh gott habe ich den verschlafen er war genau da wo ich gestern muss dummkopf und dafür schwingt er nach dem jegliche kontrolle über sein spiel verloren der mann da ist er nicht raus ist es der sieg weil ich mit 67 von der drei jetzt zur vier rufe und bin drin deswegen war es so wichtig vorhin der double zu schlagen weil man von der zwei aus dazu machen kann zur drei und zur vier von der eins jetzt nicht weil die eins da ist er müsste erst nach draußen laufen und da wäre der center fieler hätte ich an der zwei auch gemacht zumal er ja vorher von eins weg muss da ja der der schlägt da hingehen will nicht schön aber erfolgreich sagen wir mal so ich kriege meinen ersten fes aus der franchise alles kann nur mal getraut drin sein bei meinem glückkrieg so und so an sean murphy oder sowas obwohl ich natürlich brauchen könnte die machen wir sofort auf als belohnung für diese glorreiche spiel in der showdowns erst mal kriegen wir aber neue belohnung für unser team in dem showdown auch diamond wie sagt ein diamond hitter und ein diamond perk gucken wo brauchen wir die problemfälle sind aufs second base und im outfield mit henniger zum beispiel großartig geht rechts hat aber power power und power ben in dandy habe ich noch nie gespielt hat weniger power mehr kontakt mich traut oder wonder mit dem ich noch nie beitreffen konnte ich bin für mikey lass uns mikey nehmen ne klar ja klar center fieler können wir problemlos ins left field stellen der ist dann defensiv so ja ziemlich gut wir nehmen mikey da haben wir mindestens einmal besessen jetzt suchen wir uns den besten diamanten raus der muss natürlich auch sofort spielen dafür ist er da vision bonus wie gesagt mag ich persönlich überhaupt nicht weil muss die äußere größer wird man trifft noch mehr pitches die man eigentlich nicht treffen sollte kontakt boost bis runners on base kann man nehmen nehmen manche leute sehr gerne den nehme ich zum beispiel viel lieber weil er bei mir viel öfter zutrifft ich habe nicht so oft dran als am base aber was ich immer habe dass ich hinten bin im kauen also mit 0 1 0 2 oder 1 2 und der mit 17 irgendwie sagt sinnlos es kamen zwei neue big dog packs zum kaufen kaufen da wollen sie uns hinlocken das ist der dude juckt mich ja nicht ich bin reiner no money spent also ich mache außerdem spiel bei die gekauft habe das ist ja auch richtig soll man ja auch um die unterstützen die firma erst recht wenn man so wie ich jeden tag spielt ist das ja kostet kein Geld außer dem spiel koche ich aber keine extra päckchen ich nehme in der tat den defibrillator und stelle den drin und dann gucken wir mal nach den dingern wir machen erstmal einen perk da oben ist sein müssen überlegen welche mal rausnehmen exit velocity boost in 2-3 concert super erzählt oder den boost bis no runners on base den davor die übrigens rausnehmen können wenn man es jetzt mal genau überlegt das spielstand 4-4 was wir verloren er gewonnen haben da hat der erste der ready time signifikant exit velocity boost bei losing überhaupt nicht erzählt denn wir waren ja nicht mehr im losen wir waren ja in einem tie geben unentschieden wenn ich den einen so rausnehmen müssen eigentlich für den moment haben wir aber nicht richtig gelesen habe ich verschlafen und ein neuer schulern sehr gut wie nun da sehe ich und erst mal machen wir natürlich den hier fertig und vermont auch schon fast safe ja für was bringt man den defibrillator für jeden der beiden jorden dann entweder no runners on base muss man sich selber entscheiden oder zwei streiks ich bin für zwei streiks dass ich drin und nehmen die no runners aus machen wir mal meine sport bringen unseren mann den traut die erstmal auf der bank und von der bank nun waren ein step steht da achten zum center fiel noch besser die fänder als traut deswegen dass man im center für den besten stehen eigentlich müssen wir den nach rechts machen da ist ein bisschen nähe vorwärts natürlich machen muss er muss nach vorne also hat bisher noch kein ball drauf mit ganz nach hinten ein hoch da war okay ein hochdaten vorletzten platz und mikey auf der drei ja hilft er nicht niemand schon da ist der feature programm nl der ist neu da steht ja auch so ja face off against feine boss williams da könnte man mich vorher nachgucken und mag mit welcher seite dieser williams wenn es ein pitcher williams hier sollte so oft da kann man schon vorher richtig trafen habe ich beim anderen nicht so verachtet was vorher da steht wir sind oben bei 50 prozent war mini was vorbei sind gucken jetzt noch mal nach der squad was dann tut was sagte ob wir das hier und andersen wechseln so hatte ich es ja schon gemacht habe ich noch schnell switcht nur an der stadt programm mit den jerseys machen ja das ist wocheneinplanung also ich habe mein team ich spiele das team intern sage ich mal und ich bin mit dem die conquest mit und habe im prinzip mein team so aufgestellt kann es mal zeigen dass ich nur spieler von den teams habe die bei den konkreten bei diesen die jerseys gefordert werden weil weiß auch weiß auch giants ein deutschermann habe ich nichts anderes noch mal weiz sox und dann reines giants weiz sox also ihr mischt dass ich mit dem drei vier spiele machen dann hoffentlich die beiden teams vorher dann kurze ich mir auf dem markt die anderen spieler von den anderen teams dann wieder ein team oder zwei teams mit einer mannschaft abdecken das ist der plan aber der fordert halt auch einsatzwillen sag ich mal zehn konkrete spiele zu machen da kann ich nur machen wenn ich nebenbei und bald angelt kugel sonst mit motivation namen ist der burg mein jung war die teils haben endlich mal es gut die zeigte mir an die hänges nicht wie kann man so sagen ösapport so wieder rinnen den schulern hilft ja nicht wir müssen wir es noch bis zum ende prühen ich habe gesagt eine stunde 40 minuten also unsere mannschaft ist also du sollst endersen lieber gegen mercedes tauschen der hat kontakt 50 52 power ja das ist richtig also endersen wieder hoch warum bei endersen halt mehr kontakt und mehr bauern catcher den jemals dahinten eigentlich also meistens nicht südter sind sondern als catcher ihre meriten verdienen müssen dann noch mal so rum ihn jetzt schnell in den nächsten mit uns schaffen und lesen wieder ruki ist super 20 21 bayern boxen flashed excellence also ließ die aufblitzen müssten wir sagen oder mit 19 homers und 9 stolen bases sind nur 61 games ja warum weil er dann nämlich verletzt ist ja er nützt der beste spieler nützt wenn er nicht 160 und der burg hat päckchen gezogen wir haben auch nicht aufgemacht ich hab ja auch ins gekriegt alles stimmt da müssen wir noch hin 4 zu 3 redstocks nach dem sechsten burg hat auch ins gezogen ich habe zu sehen er hat leider ich würde ihm nicht sagen vielleicht besagt er nicht auch erwähnt wir gucken schnell nach meinem päckchen ich hab ja auch so ins gekriegt open packs na machen wir erst die normalen auf na klar für ist da schon diamond drin profiereigen großartig ist ja nice dass du das siehst ja ich hoffe den kapps nicht vor dir sehen das wäre dann traurig für dich ja hast du endlich einen catcher brauchst du die große conference map nicht mehr spielen für mike und joe kelly habe ich schon der meint sagt joe kelly hast du nicht früher stimmt joe kelly hatten wir mal vor zwei jahren warte ich mach mal meine cam aus mal sehen ob er noch drin ist mal zum hat man die nicht da drin doch mal gucken kann man die alte cam player of the month joe kelly macht immer anders und da hatten wir seinerzeit player of the month joe kelly gehört und der dürfte dann einen abend den stream führen das ist immer was ich alles nicht löschen kann deswegen deaktiviere ich es immer und habe es aber noch deswegen kann ich immer noch so kelly zeigt wenn es soweit ist aber wieder auf breit nein akunia junior gut ab jetzt hat der burg aber ein team diamond so weit das auge reicht ich kriege zum zweiten gar nicht bald eine eigene kelly family aufmachen mit meinen ganzen schoß mit noch ein päckchen jetzt aber bronze jetzt mal rüber und die ordner die heute super jose berriere da sehe ich mich und endlich mal ein blue jays aber die ordner pitcher kann ich immer noch gebrauchen der rest ist nämlich alles kammern gut und jetzt kommt da hier mein erstes mal aber die jemals hatte face of the franchise weil ich bin ja langsam spielen kann man hört er schätzt nur und spielt nicht größe wie die erste nachricht umso besser traut euch raus aus dem locken problem wenn wir schreiben wir brauchen nicht schreiben und einfach was zu gucken oder nur zu hören was immer ihr wollt seid euch seht euch nicht jetzt um irgendwas zu schreiben freut mich aber namen ist der weaselbe jetzt die daumen drücken ich will natürlich ein trauter und keinen keinen catcher aber ich sehe mich bei sean murphy grün gelb athletics ich will ein rotes aar wie angels ruft drücken glück daumen drücken 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 wenigstens kein catcher mit ferniger oder super jetzt habe ich übrigens vier diamanten outfiel wird es wird aber zeit glaube ich mr tacker zu verkaufen damit du siehst es von mir auf jeden fall okay will jetzt wird es zeit mr tackers verkaufen der kostet 29.500 ist auf jeden fall mehr wert als mr tacker wahrscheinlich so ja noch viel mehr wenn man rufschätzt suchen wir mal nach henniger niemals da die karten packufen immer auf den markt stellen die ganze alte beistung bei der show ja 34 7 man kriegt also fast 5000 mehr wenn man hier auf dem markt steht für eine order gut jetzt aber wirklich mal wieder hin wir kommen uns überhaupt nicht weiter immer noch bei 50 programm warum denn nur die spiel sind wir lesen also bayern wachsen ließ die exzellenz oft blitzen der boy und 19 homers wie sagten ein 6 geben dann verletzt 100 geben es verletzt 61 gespielt wir spielen mit unserem showdown squad wie immer müssen vier tote bases in zwei innings ziehen ohne hinzumachen zuzulassen wichtig wäre also gestanden homer wenn man homer und gleich schlagen haben wir vier tote bases nur 1 2 3 4 fertig kann man jetzt sofort raus hier jetzt sofort als erreicht und wir müssen nicht sitzen unser team bleibt stehen wie das gehen rennen ok laufhinger muss ich auch da mal ich glaube bis zu spät jens ja hast gleich zu einem schade eins der wenigen guten lila in 19 so vielleicht hilft uns die power gleich ins rocken mit mr wachsen homer mit wachsen das ich nicht ersten das mal durch die jetzt schon die hände weg damit ich mir aus versehen auf drücke mehr groundball brauchen nicht überreden nach oben den anker ja das ist natürlich die höchststrafe wenn er wenig so ein boden gefallen werde ich mit wachsen lockern dabei immer so habe ich nix 5 aufs neft nur gar ich habe ein bisschen mehr power ende weg beim betting super anker stellen nein niemals stangen dürfen man sinker mal so lange aus wie ein fastball kam uns gerade entgegen und dann am ende nur firma hat passiert bestand über am bayer schlangen auf dem boden sind raus mikey muss uns retten anker nach oben nur oben jetzt schlagen gehen 30 zusammen wo eigentlich kurz überlegt zu schwingen hat sich immer sehr wichtig das ist ein tour sein lieblings die damals gewesen mikey hat sich schon ausgezahlt dem mikey im den nom zu haben der löst die aufgabe ganz allein guter mann schnell wieder leiser machen die power des lauten musikgenusses müssen wir uns für die nächste schwere auf heraufheben so was war nicht meine musik war hat ich soll ich in der diskotheke irgendwo schon so mit drehen und bewegung wer ist wo wir und so was wird geil daran wir kriegen wieder ein diamond mann da wir spielen gut und dann wie sagt man immer der teufel scheißt auf den größten haufen die reichen werden immer reicher wir spielen schon gut machen den ran den punkt für den enden und kriegen noch ein diamond mann dazu müssen uns jetzt wieder entscheiden gucken durch der was könnten wir unseren der was upgrade der ist 83 kriegen 90 dann leuchtet oben schon man sieht bei 106 bei powering rechts wie sie blinkt besonders geil corey sieger steht auf der richtigen seite hoch shortstop team über enden also nichts getroffen frederick mallens ich schimpfe immer über ihn aber die karte von frederick mallens auch die golden ist auf jeden fall bedeutend besser als sein ruf bei mir oder bebring mr henniger um ihn mal zu haben müssen aber ein paar zum outfit bei machen wachsen nicht traut nicht jimmy boy admins also wir müssen 84 ersetzen oder ein 83 oder wir stellen sieger auf second base kanadet natürlich wir nehmen ist das sieger und bringen nur rieger sie aus catcher wird von denen keiner spielen können also nehmen mal ist das sie ja vielleicht haben wir glück dass wir noch ein catcher kriegen nö 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 und setzen ihn auf der Bank. Da steht Managed Bot. Wir gehen also wieder unten ruf erst auf unsere Bank und setzen die Beden, die wir kriegen, auf unsere Bank, weil wir dann die Auswechslerspieler gleich auf der Bank haben. Ich stehe beim Boss wieder mit 8 zu 12. Ich bin fast am Boss. Das ist ganz knapp davor. Die Stunde schon rum, Junge. Bist du auch. Nein, die Kappe trödet gerade. Tut mir leid. Low bleibt auf der Bank. Sieger nicht hier auf second. Kann er. Secondary Position reicht völlig aus. Und so spielen wir. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man müsste das Sieger nach vorne moving können, weil der natürlich als Linke, der hat 96 Power, 99 ist aber besser. Er geht also einen Schritt nach da, den linken Spot, und dann kriegt er den linken Spot und Devas kriegt den linken Spot. Immer schön die Abwechslung behalten. Außer am Ende. Am Ende wäre natürlich geil, wenn man nur Linke hat. Wenn der Mann mit rechts wirft. Weil er dann immer auf der richtigen Seite steht. Nur nur Switch. Aber das weiß man nicht, ob wir es so gut finden. So, nächste. Wir müssen es schaffen, auch dem Kracher nach. Guck mal, wir werden nah dran, Kracher. Uns fehlt uns noch drei. In 2021, Wanda Franco made his long-awaited MLB-Debut. Also er hat seinen ersten Auftritt, sein Debüt, sagt man auch jetzt. Stimmt. Und er enttäuschte nicht. He didn't disappoint. Auf dem Weg zu sieben Home-Runs. Boah. Und ein 2-8 nach C-Everett. Wow. Big bisschen Showdown-Squad. Teddy, one extra Bs. Nee, N. N, bitte. N. Also eine, aber nicht bestimmt eins. Also wir müssen einen extra Bs-Hit erziehen. In zwei Innings. Man kennt's. Hatten wir vorhin schon, haben wir gefehlt. Wir hatten Hits, Singles, ein Single, ein Single, ein Single, aber kein extra Bs-Hit. Und wenn wir es schaffen, wie gesagt, wieder genauso wie davor mit den ersten drei Bettern, dann brauchen wir nicht mal danach werfen, wo wir den Hit nicht erlauben zulassen dürfen. Deswegen die ersten drei Bettern, Konzentration, schnell schaffen, raus hier im nächsten. Alles, was ein Double ist oder mehr, löst die Aufgabe. So, Bankston, der bisher noch gar kein Glück hatte. Ersten gleich die Hände weg, damit wir nicht rinrennen. Sehenden Auge ist ins Unglück. War sehr gut. Anker nach oben. Fastball oben warten. Mal gesehen, was kein Fastball ist. Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen schnellen hat. Ei, hat er nicht. Es darf wie ein Slider weg, Cutter da weg und noch nach unten und 86 Meilen gruselig. Der Sinker ist dann wahrscheinlich unser besserer Freund und der Fastball. Wahrscheinlich werden wir doch unten anfangen. Ich stelle die nach unten. Ja, war richtig. Leider perfect, perfect für einen Single. Das ist natürlich gruselig. Weiterhin viel Glück beim Kartenziehen. Bis raus. Ich wünschte was, mein Junge. Danke für vorbeischauen. Gucken wir auch nur ohne Baseball und das sind die Ärger am Wochenende. Ganz wichtig. Denkt dran, nicht ins Doubleplay. Fänger weg. Genau, er wirft sofort unten. Doubleplay bei uns wollen wir aber nicht. Wir wollen euch oben kriegen. Ist auch kein extra W-Set. Aber mindestens ein Single, das war ich uns nicht ausgemacht hat. Komm mal so in den nächsten Beta. Jetzt ist wieder Mikey dran. Geht doch von unten rin. Ja klar, ich muss beim Sinker, ich muss von unten kommen. Nee, stark nicht. Mach mit so, Heike. Oh Gott. Oh Gott. Ein bisschen weiter unterm Ball gewesen, wie man es sehen hat. Ihn nur nach oben, aber nicht nach vorne. Gruselig. Sieger mit seinem ersten Einsatz. Das kriegt er einen oben. Komm Sieg. Nicht sagen, nein, habe ich auch nicht. Weiß, Doubleplay, Doubleplay. Jetzt schlägt er doch und schlägt uns Doubleplay. Da war er wieder. Der dümmste aller Fehler. Das heißt, wir haben drei Outs weg und drei Outs was noch übrig. Schlechtes Spiel. Ganz klar. Den kriege ich nicht. Dafür ist Jimmy Boy Edmonds einfach zu langsam. Wenn wir Glück haben, fällt er neben die Linie. Wenn er in die Falle bei Locker und Double, wenn ich sie ja noch mehr. Haben wir Glück gehabt. Wie gesagt, wenn man es beim ersten Mal durchspielt hat und gefehlt hat, kann man natürlich den zweiten Durchgang viel schneller spielen, weil man halt nicht mehr unbedingt lesen muss. Trotzdem ist es immer besser, ruhig zu spielen, weil das Einzige, was wirklich tödlich ist, sind Fehler. Wenn man jeden schafft, jeden Moment, dann geht man hinten in den letzten Showdown mit 12 zu 12. Von einem Rand sollte man immer irgendwie hinbiegen. Und natürlich die Genugtuung ist viel größer, wenn man jedes Mal das Ding durchzieht. Also erfolgreich ist, man kennt es ja, wenn man Spielerfolg hat, macht es natürlich viel mehr Spaß, als wenn man sich ärgert. Touch Bradley war auch sehr schön, muss ich sagen. Er wirft halt wirklich dahin, wo ich hin will und nicht sinnlos daneben. Der hier könnte jetzt sehr weiter neben gehen. Nö, immer noch ziemlich knapp. Wir dürfen gar keinen Hit zulassen, fällt mir gar mit Schrecken auf. Döhm, der Nigen Hit zulasse ist ja sofort vorbei. Oh Gott, das will. Jense, du darfst doch nicht so was kann. Sehr schön. Und jetzt nochmal ein Masken-Pitch. Ja. So, jetzt haben wir noch drei aus. Es muss irgendwo hier ein extra W-Set her. Muss mal einer von den Hinterbänken dann zum Star werden. Einfach mal eine Leistung zeigen. So wie Timmy Boy Anderson hier. Der Mann, mit dem ich in drei Jahren glaube ich noch nie, noch nie irgendwas getroffen habe. E-A-B-Use eine Karte war. Timmy! Nee. Hätte ich ihn gelobt, wäre er mit Sicherheit ein Roman gewesen. Oder wäre er wenigstens zwischen die beiden Outfielder gefreut. Hätte ich es mal gemacht. Habe ich aber nicht. Ach, Jense, du brauchst nur oben, mein Kleiner. Ja. Ja, schön. Grüße, Mr. Noah. Hallo, mein Junge. Ich bin mal wieder im Showdown. Ich habe es wirklich nicht getraut. Der Showdown, der die Nerven kostet, hat mich gelockt. Warum auch immer. Naja, weil ich es kracher zeigen wollte, wie es geht. Im Moment sieht es aber nicht so aus, als würde ich es ihm zeigen können. Wahrscheinlich ist er vor mir durch. Scheiße. Und dann haben wir noch eine Chance. Oh, 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 oh. Oh, das ist nicht cool. Letzte aus. Wenn wir das jetzt nicht machen, haben wir das wirklich gefehlt. Mein Herr. Willst du nicht den anderen bringen? Habe ich noch enough base, der links steht? Ja, aber sind die besser? 72. Ja, brennenlos ist der bessere. 74, 94. Wir wechseln jetzt aus. Weil entweder Ola, entweder wir machen jetzt den extra base hit, Ola ding ist vergeigt. Und der steht auf der richtigen Seite und hat mehr Power, der den bei eben drin hat. Müssen natürlich trotzdem auf dem Hittable Pitch warten. Scheiße. Ja, das waren 10, wenigstens noch nicht hier aus. Wieder über den Beistand. Jimmy Boyd-Admonds, muss er ganz den Hintern retten. Oh, dann haben wir natürlich auch keinen mehr, den wir für den Pitcher bringen können. Weil wir den Newton gerade eingewechselt haben, der Satzmann. Oh, wenn er fair geblieben wäre, wäre er gewesen oder wir hätten ihn ausgefangen. Auflauft, Jimmy Edmonds, vielleicht wirft er zu drei. Ja, dann zieht's doch auch nicht, Jens, weil er aus ist. Vorbei, hier fehlt. Er hat's versucht zu biegen und zu brechen, aber... Nicht gut spielt am Anfang. Dann hilft alles nichts. Bääääääääääääääääääääääää. gefährt jetzt verloben uns natürlich die aufjahren weg war wir haben nach wie vor fünf kann durchaus sein das war am ende noch weniger punkte als und keine verstärkung next ich kaufe mir spiel gleich das ist möglich als drohung weil dann schneller bist meinst du kommt doch an wie langsam deine leitung ist wenn damit 45 bits die sekunde lebt nicht waren sie einundzwanzig finnisch ist deutschland ja es ist seine zeit bei den deutschland beendet nachdem er 360 über 300 und er sagt was super und 16 hochrand hat er nicht so viel power mehr in kontakt da während der saison als jeder spiele mit deiner schon als gott wie immer erziele zwei hits und zwei innings ohne einen ranz zu lassen ist natürlich einfacher für uns eine millionen leitung das wird haarig dann geht schnell aber du willst ja ich bin ja nicht kuchen und deswegen habe ich also noch elf monate zeit das ding zu beenden also diesmal brauchen wir was jetzt wir machen uns vor wir werden beim ersten sofort ein hohmann schlag das ist einfach mal umgedrehte psychologie wenn man ein hit brauchen wenn man man macht macht aber nicht weil auch ein hoher man hätte es wird also trotzdem als sie schafft das ist am wachsen wieder mir kann man wieder in flug aus erzielen wir haben vielleicht macht das mal besser sicher wir gucken vorher bis das fastball ist das leider die man nicht wollen den lassen wir gleich durch in den slider um es war es bei unten wollen wir auch nicht nach oben nach oben ran ich wusste es ich wusste es ist nicht möglich den hätte ich eben so gebraucht da und schlag mit beiden bachs noch mal in die falsche seite los gleich noch die nächsten hinterher hast du gleich geschafft ganz in den shoulder und jeden bevor kracher da ist ja aber nicht so kann man nicht schlagen weil man sieht schon erst viel zu weit dann macht der ganz weite arm um irgendwie ranzukommen hat keine power natürlich nicht neige muss den hit machen auf den es verlassen ist ein juter schlagen wir nicht mehr so ein zentrums pitch oben zentral oben gibt gibt die du hängst du bester aller guten zwei umranz ohne worte hätte ich davor aber gut sind zwei hits so mikey war also ruhe der war schon auch ich beim ersten pack nicht gekriegt muss er bis zum nächsten alles pack spielen um noch eine chance auf mikey zu haben da darf dann wehren kann nehmen so was brauchen wir können unseren catcher wechseln morgen schon murphy und setzte mercedes raus den richtigen perk noch wählen wake up nicht er hätte eine kauen können wir nicht nehmen eigentlich der signifikant oder signifikant zwei strikes entweder oder entweder oder nimm den ja die magische lampe muss brennen nimm ihn auch murphy du hast recht habe ich auch erwählt wir haben wieder dieselbe dank jetzt kommt natürlich der dritte diamond drin am ende sind diamond perks hat besser als goldene drei diamonds drin den mann wieder auf der bank und von der bank auf ketscheizung und dann steht nämlich gleich der bronzen hier für eine einwechslung bereit so rettet ihn aber nicht links rechts er muss da hinten bleiben warum kann er nicht vor timmy boy endersen ja jeder auch richtige entscheidung gäbe es bei timmy boy vielleicht noch läuft ja wenn er einen ball trifft sonst läuft er nicht nehmt im timmy noch einer hinten kann sie mich nicht das ist nicht meine welt mit timmy habe ich schon schlechte laune wenn timmy da ist dann hättest du nicht getraftet hätte hätte fahrrad kette noch einer wir können jetzt wir kriegen zwei ranz wenn wir machen jemand mit neun rennen kracher ist bloß mit acht renner und der neunte kann der entscheidender sein in 20 21 luis robert beendet mit 338 erbricht seine saison war aber nur 13 romans war sehr gruselig nicht mal wusste dass er so farblos war wegen bis zur showdowns vor telly ein ran in zwei innings ohne ein ran zu erlauben das ist einfach ein ran über den ich schaffe man nicht verdient feuerfreie jams und zieh mal locker durch wir spielen noch bis zum mittren ende wir wollen den showdown noch knacken ich schlage jetzt einen homeran dann sind wir sofort drin im finalen showdown da sieg uns und ja ist er da erlos nein das geht nicht ich weiß dass der dazu die 19 dazu gehört aber nicht mit mir dafür bin ich einfach zu alt mach's gut eros oben komm perfekt perfekt für den zehn großartig da brauchen wir einen ran da müssen wir das eigentlich schon fast nur oder lassen wir den ersten durchgehen und gucken ob wir ein ball kriegen und ob wir dann einen stil machen ich heiße die menschlafen okay wir machen jetzt den stil er hat jetzt daneben geworfen gelaufen ich hoffe ich auf dem breaking ball ist ein fastball bleiben der schafft damit sind wir auf der zweite kann sich an kein double play uns mit dem ausnehmen hoch weit schlagen da kann man für drei musik schön zurück ist sehr clever das war super es war ein perfekter muss raus sein das ist der rand schon es hat nicht gereicht um den ball raus zu schlagen kannst du dir nicht vorstellen ein double obwohl er perfekt perfekt war mit so einem guten hitter wir haben gewonnen wir wollen durch sehr schön damit sind wir wirklich bei neun den letzten beiden wieder sauber gespielt da haben wir zwischendurch gefehlt sehr gut danke sehr sehr schön danke danke und kriegen nochmal einen diamond man jetzt können wir wirklich noch eine position upgraden oder halt den mann den pitcher denn für den schlagen wir ja auch dann noch nehmen wir natürlich den besten hitter wir sind schon wieder kein tacker ans auto den wonder nehme ich auf gar keinen fall mit dem kann ich nicht treffen ich muss mal ins nehmen ich habe eigentlich mit mal ins immer ziemlich gute getroffen drin kommen mal ins und noch im letzten perk dreckband nee nach dem dritten out wollen wir nicht siebten inning geht nicht vision bonus geht nicht es ist egal welchen ich nehme er wird nie gestellt deswegen nehme ich den hier und feier an date of the bank wir gucken also eben mal hin damit das dreieck weg geht und der wieder raus und machen hier in das quad und setzen wir den mann für den schlechtesten auf der bank da ist travis blankenhorn die metzlien heraus und dafür kommt mal jetzt müssen wir überlegen ob man es wahrscheinlich bringen für den der hat dann 79 84 und mallens hat 95 88 den rechts wird also ausgewechselt haben drei centerfeeler also unsere defensive ist super aber das problem ist wir brauchen natürlich keine defensive beim schulern weil wir nur am schlagen sind jetzt überlegen wir mal bei mallens wie weit wir den noch vorziehen ja dahin da haben wir zwei ganz schnelle schnelle da muss Maiky nach hause bringen oder Sieger von der anderen seite Murphy der Verzweifler da wird es schon gruselig der war das Glück Anderson nur mit dem B und du Jörg als Jengis Retter in der Not mit Jörg habe ich eigentlich immer getroffen deswegen kann er da hinten uns den aufschreiten die kommen eh alle zweimal dran bei 20 die ersten drei halt dreimal aber aber wenn ich es dann nicht schaffe dann habe ich es noch nicht verdient neun von zwölf wir brauchen vier rand und haben 20 aus ich habe mit Jörg sehr gute Trockenher wenn der dann auf der neun trifft auf der acht dann ärgere ich mich dass ich ihn nicht bei der vorne habe das ist wahrscheinlich richtig ja immerhin wir haben 20 aus und brauchen vier rands und das wichtigste ist niemals uns Doubleplay schlagen Doubleplay halber tot die soll mal böse gucken die Pitcher ohne Worte nicht tanzen bitte Abklatschen ist okay wenn sie tanzen eigentlich mal ein schlechter dafür so das müsste er wachsen kannst du wieder einen Hohmann schlagen wie vorhin Buxi Double wäre wichtig wir gucken erst Pitches Cutter ist okay wenn er nicht zu weit nach außen ist leider dürfen wir nicht und Fastball ist unser Liebling und da sind wir als ersten durch und schlagen erst ab dem zweiten damit haben wir mindestens einen Pitch mehr aber auch schon unten der klug gemacht ein Glück dass ich sie nicht sauber getroffen habe das wäre ein Ground aus gewesen das ist ein Hit sehr wichtig ist wieder nur ein Single aber ist okay weil wir jetzt natürlich den Stil auskieren wir wollen auf keinen Fall ein Sabete wir lassen ein zwei durchgehen und gucken ob wir dann einen Ball haben dann kann man Stil machen wenn er den Pitch out macht schade aber ein toller Pitch zum Schlagen wir hoffen dass er hoch auswirft macht er nicht er wirft zwei Strikes das heißt wir müssen schlagen ohne Stilversuch er war noch schneller als sie gucken konnte 100 Meilen wow wow war das ein Ausgewesen alter Schwede wieder ein durchgehen lassen ja das gefällt mir noch ein beim dritten machen wir ein Ziel 1-1 1-1 jetzt jetzt oder nie Ei war das knapp weil ich zur Seite geslidet bin wenn ich gerade geslidet hätte er mich ausgemacht er hat richtig vorne gewischt und ich habe den rechten Stick nach rechts gedrückt und dadurch ist er so um die Base rum geslidet und wurde nicht getroffen beim Handschuh Das war aber unglaublich knapp. Sehr schön. Das wird ein tolles Spiel. Freue ich mich schon drauf, mir das anzugucken. Jetzt können wir nach Hause bringen. Komm, Mikey. Ein guter Mike. Wow, warum bittest du denn so schnell? Ich kann ihn nicht sehen. Wahnsinn. Alter, fast einen Fuß gebrochen, weil ich an dem Dings ran trete. Ja, super. Und darf ich nicht nach Hause? Den kriege ich schon. Ich will nicht riskieren, dass er mir irgendwo ausgemacht wird. Ah, das ist alles gut. Der kommt von der 3 auf jeden Fall nach Hause. Wenn irgendwann ein Hit kommt. Oder ein Sacrifice Fly. Oh. 11 zu 12. Noch 5 aus hast du noch? Das musst du schaffen, Kara. Das musst du schaffen, mein Junge. Wir sind beide an Gedanken. Pitcher steht bei 102 Würfen. Der muss doch müde sein. Klasse. Wow, 100 Würfe hast du durchhalten. Stark. Dann hast du wirklich viele Pitches genommen. Sehr gut, sehr gut. Wir auch wieder. Nicht im Double Play. Das ist jetzt der... Im Double Play 2 aus mit einem zu riskieren, ist der Tod bei diesem Showdown. Deswegen ersten durchgelassen. Er ist weit unten. Oben Anker stellen. Wir wollen oben weit stellen. Oben weit. Du blöd, Mann. Ja. Und da ist es. Double Play. Den Runner eingebüßt. Zwei auskassiert. Vor allem das Problem ist, dass ich den Runner eingebüßt habe. Oh. Fuck. War das mies von mir. Vor allem mit der Ansage. Nichts zu machen. Nicht unter den Ball kommen. Das brauchen wir wieder. Wir brauchen wieder einen Mann auf Base. Ich bin zu spät. Er ist... Bahn muss 98 Meilen. Trotzdem war ich zu spät. Wahnsinn. Er ist wunderschön. Jetzt muss er aber rausgehen, weil Schaumann häufig nicht laufen kann. Jawoll. Umso trauriger, dass ich die Benen eben verloren habe. Denn die wären beide drin und ich wäre schon durch. John Murphy zu wählen, war schon richtig. Ja, sollte ich machen. Besorst du es denn, du? Ich brauche jemanden, der hinter mir steht mit der Knut und immer raufdrückt. Ich brauche klarste Ansagen. John Murphy zu holen, war schon mal gut. Gold. So, nur noch einen hinten. Genau wie Kracher. Aber wir haben keinen Base, weil wir den eben verloren haben. Das ist Double Play. Wir lassen wieder durch ihn. Man, super Pitch zum Schlagen. Aber hier sind alle drei Perks aktiv. Das ist das Goldene da. Alle drei Perks. Man sieht so unten leuchten. Jetzt muss noch zwei. Wegen 1 zu 1, weil wir nicht mehr hinten liegen. Und ich war halt nur oben gewesen. Ich hätte unter dem Ball war ich, aber halt ein bisschen mehr, weil ich bin schon kurz vor dem Morning Track. Ich hätte den Bulls anreißen müssen, mit der PCI. Jetzt reicht mit der was. Und jetzt kommt die Enttäuschung des Jahres. Ich müsste ihn gleich rausnehmen. Ja, haben wir noch einen Linken? Ich nehme gleich raus, den Endlasten. Ja, ob er Diamond ist oder nicht. Who cares? Er trifft den Ball nicht. Brennen. Ist halt. Na, so gut, Timmy. Nehme ich nie wieder. Ego und Timmy, wo er endet, sind komplett Kriegsfuß. Ersten durch ihn lassen. Sehr schön. Schön Ball gestockt. So, jetzt oben. Komm, brauchen wir einen Hit. Ich muss irgendwie auf Base. Zu weit nach unten gezogen, aber schnell rumgekommen mit dem Bett. Das war wichtig. Das ist schnell. Nicht schlagen. Sieht man, dass das so tief ist, aber drei Perks aktiv. Oben. Komm, nur oben jetzt. Nur oben. Drei Meter in. Wie viel Out man mehr hat als Kacher, ist egal, wenn man nicht trifft. Du kannst auch 12 aus oder 15 aus in Folge verballern. Habe ich alles schon geschafft. Guck dir diesen Luggerig an, ma. Darf ich wirklich nicht rausnehmen. Unglaublich, wie weit er weg geflogen ist. Leider zu früh. Sonst werde ich ein Homie. Und drehen uns aus. Boah. Und dazu kommt ja dann irgendwann die Nervosität. Weil man denkt, man schafft einen sicheren Sieg nicht. Hier müssen wir natürlich unseren Pitch herausnehmen. Brauchen wir nicht. So, 79, 84 ist der wichtige Mann. Recht komm nicht. Jimmy, boy, Ednens. Rinn mit dir. Genau. Komm, Jimmy. Wo oben? Stellen gleich nach oben, Ednens. Bis wir den ersten schon schwingen, mach ich halt bürdig. Besschen wäre geil. So wechselt man aus. Unentschieden. Nicht sauber. Noch eben. Ich lasse ich eben durchgehen. Ja, aber unten. Unten lassen wir durchgehen. Boom. Komm, Baxton. Du kannst es. Wenigstens ein Hit, dass du auf Base kommst. Nee, reicht nicht. Steht das schon an der Mauer. Ah, war zu weit nach oben. Hätte vielleicht mit Baxen mal einen Kontakt-Hit versuchen sollen. Mit O. Was auch wenigstens auf Base ist. Der Baxen. Der kann ja rennen. Da kommt Mullens, der schon beim ersten Mal Pech hatte. So, weg die Hände. Gut. Robben, komm. Auf Base, Mullens. Du kannst das, mein Junge. Ich lob an dich. Nein, der sah doch super aus. So ein mieser Pop-Up. Da hätte ich auch keine Tacker nehmen können. Der wäre nicht schlimmer gewesen. Komm, wir sind noch zwölf aus. Reiß dich zusammen. Einfach konzentriert bleiben. Alles gut. Nur Treffen. Scheiße, neben der Linie. Wenn der die Linie runterrollt, wäre er ein Double. Ein sicherer Double. Oh, Hathaway. Der bringt mich nach vorne. Komm, Hathaway. Gut. Gut. Scheiße, hätte ich nicht schwingen dürfen. Er war unten daneben. Oh, er hat ihn verworfen. Bleib stehen, Mike. Komm zurück. Guter Mike. Guter Mike. Das war die Macht des Hathaway. Definitiv. Ein klarer Dauer ist geschenkt. Jetzt nicht ins Double Play-Ends. Wehe. Wehe. Schwinge ich mich. Nein. Krach, er hat das wirklich versagt. Ach du Scheiße. Das tut mir leid. 117. Er muss doch komplett leer gewesen sein. Guck mal, meiner ist schon Yelp. Und ist bei 39. Nein, schlage ich mich. Ich warte. Ich bin oben. Oder Strikeout. Sieg oder Spielabbruch. Nein, schlage ich mich. Wirf doch, wo du hin willst, Klasse. Aber oben belegen. Anker, oben. Nee, Scheiße. Ach, muss doch zurück. Ja, kein Balken mehr. Der Pilscher. Oh, das ist ja bitter. Und trotzdem hast du keinen Homie geschlagen mehr. So wie meine. Aber ich ja nicht im Ziegerball. Kein Double Play, Jensel, weißer. Ja, weiße. Ich habe es heute schon mal. Ja, aber du sollst ja dran denken. Nein, ein Glück, dass ich dich nicht getroffen habe. Um Gottes Willen. Er war viel zu weit unten. Ein Glück. Boah, ich bin Double Play geworden. Nee, nie wissen wir. Mann. Double Play. Ich will nicht morgen. Ich will jetzt. Der was. Unser Der was. Viele Red Socks. Die Red Socks waren schon immer meine Lieblinge. Raphael Devers, goldener Mann. Oh Mann. Mein Glück. Ich muss morgen nicht reden. Das muss der arme Kracher Jenseline machen. Alter Schwede. Erst die Enttäuschung mit dem Double Play und dann mehr Glück als Verstand gehabt. So wünscht man sich das. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil. Danke, danke. Sehr wichtig. Ich kann die Showdowns immer was eben mal machen. Das zerrt so an meinen Nerven. Ich bin einfach zu alt für so eine Spiele, wo man eine Stunde Spielzeit verbrennt. Ich weiß ja nicht, wann ich angefangen habe. Ich will eine Stunde durch sein, wa? Äh. War ganz knapp. Wichtig ist das am Ende der Erfolg. Und ich kann wieder wählen. Noch ein Franchise Player. Das ist ja das Geile. Wenn man so geil spielt. Muss ich. Das ist mild, oder? Channel 4 Joker, Ditch Bertha, GZ. Was ist dieser Bot, ja? Der ist noch härter und schärfer als jeder Stasi-Spiel und früher. Aber ich hab mal laut. Jetzt den Team. Wen können wir ein Team? NL West. Jemand eine Idee? Wer ist drin? National League West und die Nordi auf der anderen Seite, wa? Diamondbacks? Dodgers? Oh, Padres? Giants? Und? Oh Gott, wer war der fünfte? Rockies? Rockies, ja. So, das war der Show. Habt ihr sehen, wir haben es geschafft. Wie lange hat es dir da? Oh, oh, knapp drei Stunden. No way. Ja, ja, schneidig zusammen. Auf jeden Fall. Guckt euch an, hört euch an. Habt ihr ja schon. Sonst werdet ihr nicht bis zum Abspanne kommen. Stimmt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt was runter. Wenn es euch zu lange war, schreibt das auch runter. Schreibt einfach irgendwas runter. Ich grüße meine Mutti oder so. Kommt super. YouTube freut sich über jeden Kommentar. Hilft meine Videos weiter umzurenken. Und vielleicht noch den anderen Fan zu gewinnen. Der dann auch mal bei meinen Livestreams vorbeischaut. Je mehr Leute wir da haben, umso mehr Fragen haben wir. Umso mehr Interaktion. Umso spannender ist das für uns alle. In diesem Sinne. Spaß gewünscht. Dringehauen. Und denkt dran, spielt einmal Video Show 22. Gibt nichts Besseres. Gibt nichts Besseres. Ich k् Habt ihr das? Vielen Dank.